Mein Name ist Michael Ogertschneck. Ich bin an der Donau-Universität Krems als Fachbereichsleiter am Zentrum für Management im Gesundheitswesen tätig. Meine Aufgabe an der Donau-Universität ist die Entwicklung und Durchführungsverantwortung von Universitätslehrgängen im Bereich des Gesundheitsmanagements. Ich unterstütze die Studierenden im Rahmen ihres Studiums bei sämtlichen Belangen, sei es inhaltlich oder organisatorischer Natur, die auftreten können. Die Donau-Universität Krems ist deswegen für mich der perfekte Arbeitgeber, weil sie mir die Freiheiten ermöglicht, die ich gerne im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit umsetzen möchte. Die Besonderheit dieser Universität besteht darin, dass wir ausschließlich mit berufsbegleitenden Studierenden arbeiten und somit das Studium in didaktischer Hinsicht viel Praxis näher aufbereiten können. Musik Musik Musik